1969 erscheint zum ersten Mal Nüßlös alter Ego Pim auf seinen Arbeiten. Der große irische Dramatiker Samuel Beckett hatte in seinem zuerst auf Französisch erschienenen Buch »Wie es ist – 1958« die Figur des Pim entwickelt, dessen Identität im Stadium der Auflösung ist. Mit dem Gesicht im Schlamm liegend, Konservendosen um den Hals gebunden, berichtet er, wie es vor Pim, mit Pim und nach Pim war. Vollständig absurd, abstrus, sinnentleert und existenzialistisch aufgeladen scheint dieses Romanfragment, das Norbert Nüßle als begeisterter Leser in die visuelle Bildsprache umsetzt. Ein besonders schönes Exemplar dieses neuen Bildtypus ist Pim Parasol von 1974. Man sieht einen Mann mit sehr großem Kopf, Pim mit kleinem Sonnenschirm, dem Parasol am Strand. An diesem Werk ist vieles zu erkennen, was wesentlich für den Künstler ist. Nüßle verbringt viele Sommer in der Bretagne am Strand, deshalb arbeitet er jetzt realen Sand in die Bilder ein, aber auch Moltofil. In dem geöffneten Kopf im Profil erscheint in einem der Fenster ein perfektes kleines Abbild von Nüßles Arbeit »Le Guerrier de Fouette«, das er 1970 als eine größere Arbeit schuf. Fouette in der Bretagne war der erste Ort, an dem Nüßle und seine Frau sich längere Zeit aufhielten. Pim Parasol ist voller Assoziationen an das Strandleben. Kollagestückchen aus Eispapier, Zigarettenschachteln, Wirtshausrechnungen und auch kleine Fotos, denn zunehmend fügt Nüßle selbst aufgenommene Lichtbilder in seine Arbeiten ein. Spannungsgeräum Sintas